Darf ich bitten, Frau Waterkamp? Nein, ja, Waterkamp. Musstest du unbedingt deine Doppelköpffreunde einladen? Du kennst sie doch, Schatz, dieser Rapaus. Ja, das ist das Gute. Ach, meine Kegelblüter. Das darf durch Wasser, die Schlingel. Hahaha! Hahaha! Hahahaha! Ja, wir sind auf Götzen! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Deine Angelfreunde. Tolle Überraschung, was? Na ja. Na ja, wir sind nur noch die Kollegen von der Bohrinsel. Wer weiß, was die sich wieder ausgeheckt haben. Applaus